Was kannst du mit ner Steinachs machen? Keine Ahnung. Äh, da kann man Sachen... Warte, ich kann es grad mal lesen, ich bin ja hier am Anfang. Das wär echt cool, weil... Ich luch grad hier den Tower leer. Tüdel-dü, tüdel-dü. Jetzt haben wir noch Rüstung. Und... Essen. Da. Aha. Ne, doch nicht. Und ich hab noch ein Steinschwert gefunden und ich hab ein Eisenschwert gefunden. Okay. Was kann die Steinachs? Also, a hole allows harvesting of wheat, melon and mushroom. Axt. Use shovels and... Ja, ich weiß, aber die find ich grade nicht. Die ist irgendwie nicht hier. Die muss es da auch geben. Hä, wieso hat's hier keine Axt? So, noch mal eine Axt. Oder war diese Axt nicht die ultimative Waffe? Ah ja, hier. DX has a large swing and can hit groups of zombies. Crouch to swing hard enough to hit multiple zombies. Ah. Nice. Cool. Ja. Das gab's aber auch, äh, noch nicht so lange. Doch, das hatten wir schon beim letzten Mal. Schon beim ersten Mal, als ich gespielt hab. Das haben wir nur leider vergessen. Okay. Ja, ich spawn und hab gleich wieder Hunger. Ja. Oh, eine Kettenhaube. Sehr schön, was man hier sagt. Sag mal, bist du da grade, wo ich gestorben bin, oder was? Ich? Ne. Ich bin in diesem einen Riesenturm. Ach so. Der da so mitten in der Pampa steht. Ich hab Schiss, dass die gleich Spieler erscheinen. Oh, Mann. Wieso kill... Wieso greifen die mich denn einfach an? Weil sie's können. Ja, sie sind doch oben. Oh, ne Lederkappe. Das ist nicht so geil. Vor allem, wenn sie gar nichts hatten. Weiß ich, hat nen Bogen und ne Eisenrüstung. Die greifen mich an. Was sind das für Vollidioten? Hätt's ihnen schreiben können, wollt ihr was haben. Aber, gut. Ja, da war leider schon zu spät. Da hatte ich sie schon getötet. Ich hab Angst, dass mich hier gleich ein Spieler befährt und mir richtig dick auf die Irmel gibt. Ja, da, vorm Spiel hab ich gar keine Angst. Ich bin mitten in der Pampa. Ja, ich bin halt mitten in diesem Turm immer noch. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, ja. Ich glaube halt, ja. Übrigens, Fallobst läufst du sehr komisch, wenn du nach Koordinaten läufst. Wieso? Weil du irgendwie immer schrägst und nicht einfach mal geradeaus in die Richtung, wo du eigentlich hin willst. Das ist mir aufgefallen beim Anschauen. Echt? Ja. Muss mal drauf achten. Was ist denn das hier? Hä? Aber wenn ich schräg lauf, dann kann ich ja quasi zwei Koordinaten überspringen. Nein, du kannst... Nee, du... Ja. Aber das machst du irgendwie nie. Du läufst praktisch immer nur in Richtung eine Koordinate. Und dann fällst du dir nach ein paar Metern auf und dann... Ja, richtig. So ist aber auch gerade jetzt. Und dann läufst du wieder zurück und machst komplett abruhende Dinge. Fallobst du einfach ein verwirrter, alter Mann. Ja. Glaube ich so langsam auch. Das ist ja witzig. Das mache ich nämlich auch gerade. So, wo seid ihr denn alle? Ähm, ich bin jetzt bei minus 400 knapp und minus 1000. Das heißt, ich bin bald da. Also, auf mich müsst ihr noch ein bisschen länger warten. Ich bin bei 900 und 455. Also, ich habe mir dann ein Steinschwert und noch Lederrüstungsteile, wenn du magst. Ja, Steinschwert habe ich auch. Aber nimmst du bitte ganz viel Wasser mit? Ja, ich habe vier Flaschen. Ja. Wow. Ja, aber ich habe nämlich gerade meine der getrunken und habe noch 15 im Water Label. Ja, ich habe jetzt noch zehn und die vier Flaschen. Was sind das hier für Dörfer? So ist wieder vorne schon mal so ein Wegweiser. Ich hoffe mal in Weitere, wie ist nichts los. Weil dann können wir uns hier schön ausrüsten und dann können wir Richtung Norden laufen. Ich werde schon wieder gehen, Sven. Leck mich am Arsch! Ja. Ich bin jetzt bei minus 500, minus 1000. Von hinten. Ich hatte doch gar nichts dabei. Was machen die eigentlich? Äh, Flo, wo ist Whitehaven? Bei minus 500, minus 1000. Minus 500 DX Koordinate? Ja, meine ich schon. Dann muss ich da mal noch hinlaufen. Minus 560 oder so, ne? Und minus 1000. Hä, dann müsste ich jetzt hier irgendwo in mir sein. Ne, minus 1100, oder? Ich weiß es nicht mehr sicher. Kannst du mal kurz auf der Karte schauen? Klar. Mh, klar. Mh. Whitehaven ist bei minus 542 minus 1096. Ah, okay. Dann laufe ich da hin. Dann laufe ich da jetzt auch mal zu minus 500 wieder zurück. Boah, dann bin ich da hin. Dann bin ich ja schneller als bei minus 1000. Ja, ich komme auch mit zu dir nach Whitehaven. Ja, da nach. Was habe ich jetzt bekommen? Oh, diesmal sind die Klinaten much better. Was war's? Äh, minus 542 und 1096. Also minus 1096, ne? Weißt du, das ist so ne gute Idee, auf dem Fluss entlang zu laufen. Auf dem Eil. Ich raf's nicht. Ich raf's nicht. So, jetzt diese Richtung. Ja, es ist witzig, dass du vorher gesagt hast, dass ich immer falsch laufe und ich laufe jetzt schon wieder extremst falsch. Bonjour, j'ai dit le français? Le français, baby. Habt ihr's im Allchat gesehen? Nö. Da ist ein Franzose unterwegs. Oh mein Gott. Oh je, den müssen wir jagen. Ja, ich bin in Whitehaven, ich seh's. Oh, jetzt muss ich wieder auf Zombies aufpassen, ne? Nee, komm auch bald. Vielleicht. Bin bei minus 700. Habt ihr das jetzt gelesen? Ja. Nee, ähm, ich geh jetzt auch nochmal raus aus dem Allchat, der nervt mich. Ich bin im Allchat. Sympodier auch wenn ich nicht kippe, ne? Wie? Warte, warte, warte. Willst du den Tesla lange Frosse essen? Boah, wie weit ist denn das noch bis Whitehaven? Oh, ich sollte mal was trinken. Ich sollte unbedingt was essen, aber ich hab ja nichts. Ich hab ja was. Komm ich vorbei? Ja, bin schon unterwegs praktisch. Schon fast da. Schon fast da? Pasta ist lecker. Okay. Wenn man durch Schnee läuft, finde ich, kommt man sich so extrem langsam vor. Äh, ich lauf grad vollkommen falsch. Bei was sind die, was die Koordinaten? Äh, minus 540 bin ich gerade und minus 1130. Wieso lerne ich in diesem Allchat eigentlich besser Englisch als im Englischunterricht? Ich meistens so. Wieso, was, was war für Englisch jetzt grad? Nö, die einen beschweren sich drüber, dass, äh, der Typ Französisch schreibt. Und die anderen sagen, äh, es ist doch ein, äh, EU-Server, lass ihn doch schreiben, wie er will. Okay, und was, lernst du jetzt daran Englisch? Äh, ja, einfach so vom Sprachgebrauch, verstehst du? Er lernt jetzt das erste Mal Englisch. Genau. Ach so. Ja, das ist natürlich, äh, normal, bin ich bei dir. Äh, ich bin übrigens in 800 Schritten da. Ja. Ich hab keine Ahnung, weil ich grad ein bisschen planlos durch die Gegend lauf. Bin froh, wenn ich überhaupt ankomme. Ja, ich bin in Whitehaven, aber, ähm, hier sind soviele Leute, dass ich grad nichts zum Essen finde. Ja, dann lass uns doch woanders hingehen. Ja, wobei, solche Leute sind's gar nicht, sind nur zwei, aber... Ja, dann gehen wir gleich woanders hin. Nee, ich hab was vor. Ja, der Meinung bin ich halt einfach auch. Ja, aber da war halt letztes Mal wieder so einer, der uns entkillt hat, ne? Ja, dann lass ihn, dann kehren wir jetzt mal zurück. Also ich lauf jetzt zu minus tausend, minus tausend. Äh, wär schon schön, wenn jemand hierher kommen würde zu mir. Ja, ich... Ich hab da jetzt halt auch diesen Riesen-Eis-Mountain vorne, in dem muss ich erstmal rumlaufen. Ja, cool dann. Ja, da war ich voraus. Achso, wenn wir hier grade schon am Rhein-Sea spielen sind, dann kann ich ja gleich mal eine Ankündigung machen. Und zwar wird's ein kleines Let's Play geben. Und zwar vom Quotenknoben, von mir der Extralage und eventuell noch vom Scharfschützer. Und wir wollen das richtige Day-Sea spielen. Wird vielleicht die kommenden Tage mal hochgeladen, vielleicht ist das Video auch später oben meist schon die Day-Sea folgen, vielleicht auch nicht. Äh, kommt auf jeden Fall bald mal online und ich freu mich schon drauf, wird ein wenig ja lustig. Ja, ich freu mich auch drauf, wenn ich euch zuschauen darf, wie ihr sterbt. Also... Ich mich auch. So, solange dann brauch ich mal Nahrung. Da bist du noch... Hast du Weizen? Weil ich habe... Ja, ich hab zwei Weizen und ne Kakaobohne. Nur ich muss... ich schaffe es nicht zu dir. Ich muss essen über diesen elendslangen Berg hier drüber. Ich hab auf jeden Fall ganz viel Leder. Kann man Leder auch essen? Nee, kann man nicht auf ganze Gerüstungen bauen. Nee, kennst du sie nicht? Die haben doch früher, wenn die Burgen belagert wurden, haben sie irgendwann auch angefangen Leder zu essen. Ja, genau. Schwerty nicht belagert und Leder... Oh, jetzt werfe ich mein Schwert weg. Was soll ich das? Doch, bist du dumm, ey. Jetzt bist du dumm. Ich bin so dumm, ey. 3-0-Abi, so dumm. Ich hab genügend Essen, wenn du herkommst. Ja, ich hab auch noch ein bisschen was. Ich hab mich jetzt auch... Gott sei Dank bin ich vor allem nicht verhungert. Ah... So, also nochmal Koordinaten. Minus 500, minus 1000. So ungefähr. Minus 540, minus 1100. Ja, gut, das ist ja los. Ja, minus 500, minus 1100. Da siehst du doch lieber was. Aua, ich hab Fallschaden bekommen. Ist natürlich doof. Man kann eigentlich bei Seven gar nicht verfehlen, wenn man schon mal da war. Ja, ich kann das trotzdem. Ich bin die Welt, ich generiere mich nicht weiter. Danke. Hallo? Ich hab so viel Lederrüstung. Ja gut, dann spring ich jetzt einfach mal ins Nichts. Wahrscheinlich kommt gleich ein Disconnect, weil ich aus der Welt geflogen bin oder so. Ist fände ich witzig. Ja, das fände ich auch witzig. Dann würde ich glaube ich lachen. Ist halt gerade echt passiert. Du bist ja drüber drin. Äh... Jetzt soll ich bald da sein. Hast du... Und was ihr uns gerne noch in die Kommentare reinschreiben dürft, ist ob man uns denn bei dieser Aufnahme besser versteht als bei der anderen. Weil wir nämlich heute mal Teamspeak benutzen. Das heißt, wenn ihr euch von der Soundqualität das hier besser gefällt, dann könnt ihr es einfach reinschreiben. Dann verwenden wir es einfach dauerhaft. Oder? Ja, das sagst du vollkommen richtig. Genau. Vielen Dank für deine Engagement. So, hast du mir nochmal die Koordinaten? Oh, ich bin... Nein, nein, ich bin schon... Minus 500 minus 1000. 1100. Ich kann heute echt nichts, oder? Du kannst gar nichts. Heute? Auch heute? Und stimmt, war gestern. Oh, stimmt. Oh, die Leute, äh... Na? Please... Ja, bitte. Clean... Wie heißen Truhen auch nochmal auf Englisch? Chests. Chests. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin auch da. Wo? Zucki. In nem Haus. Oh, das Texture Pack ist grad ein bisschen scheißer, wenn es schneit, stelle ich fest. Ich bin, äh... Wir treffen uns gleich im Großen. Ich seh nämlich gar nichts mehr. Schade. Mit dem Quarfeiter betreffen wir uns gleich. Bin aber gerade irgendwo anders. Wie viel Bäume hier auf einmal sind. Ich hab ne Schere. Aber mir fehlt noch ein Ornament. Ich brauch nämlich dringendsteilung. Äh, die haben ja hier die, die, die Spinnweben entfernt an den Heingängen. Ja, das ist ein bisschen doof. Vielleicht hat die auch jemand abgebaut. Aber das sind Spieler, ne? Das sind Spieler. Die kann man nämlich mit ner Schaufel ab. Ja, das ist ein bisschen schade. Du bist beim Großen drinne? Ja. Hast du da was gefunden? Ja, da steht oben einer drin. Okay. Kann man die denn wieder setzen? Ich glaube, ja. Komm mal hierher. Ich hab ne Melone für dich. Ne, ich möchte kurz runter gehen. Ja, hier, eben. Der Bandage mich. Ach, der Bandage mich, der ist natürlich süß. So. Also, ich bin gleich da. Ich benutze mal den Crafting Table. Für acht Kekse. Ich bin da. Äh, ich hab acht Kekse, aber mehr halt noch nicht. Hast du, brauchst du ne Papier? Ne Papier? Also, ich hab noch, ich hab noch zwei Stück. Brauchst du ne Papier? Ähm, dieses ist da ein Ding drauf. Ah ne, man braucht zwei Weizen, gell? Ach doof. Ja, genau. Hast du noch Weizen? Nein, ich hab schon acht Cookies gebaut. Gebaut? Ja. Supi. Flo, hast du Ornaments? Ne, hast du nicht. Du bist jetzt auch frisch gespawnt. Ja. Richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, wir rennen jetzt hier immer von Kiste zu Kiste weiterhin. Das ist vielleicht nicht ganz so spannend. Aber die Helga erzählt euch gleich eine Geschichte. Ja. Und, ähm, dann hoffen wir, dass wir dort auch... Oh, ich brauch Wasser unbedingt. Komm her, komm her, gib mir Wasser. Hier. Schmeiß her, schmeiß her. Wo, wo, wo? Oh, Held, du hast schon aufgenommen. Was? Ich hätte noch ein Level. Das ist eine Ding am Fluss gehen, da hätte ich voll Bock drauf. Ja, aber wollen wir nicht noch kurz hier noch ein Ornament finden? Ja, hier gibt's nicht so viele Sachen. Äh, braucht jemand Weizen? Ja. Das wär süß. Ich geh da hoch Flo, geh du bis, ähm, dem, dem anderen bringen. Ne, lass mich hier rein. Nö, meins. Nö, ist meins. Weil, äh, lieber will ich hier noch ein bisschen mehr Essen sammeln, bevor wir weiterziehen. Ja, muss auch nicht. Ja, das ist ja gar nichts. Ja, sag ich doch. Und immer die Truhen ganz... Ach, die ist leer. Ich glaub, man kann sie zu mittlerweile kaputt hauen. Ja, die ist natürlich nicht leer. Da war grad hier drin und macht sie nicht leer. Ja. So, ich hab noch mal eine Melone und ein Stück Weizen gefunden. Ja, das ist gut. Und noch eine Melone gefunden. Das ist sehr gut. Essen, 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 Essen. Äh, was? Irgendwas? Alles gut, alles gut.